Viele haben sich die Frage gestellt, naja, wie passt das zusammen? Du hast eine schwache Wirtschaft in Deutschland und du hast einen DAX, der nicht allzu weit von seinem Allzeithoch entfernt ist. Ist da irgendwie eine Art Schizophrenie am Start? Man sagt ja, der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft. Aber die Weltwirtschaft, wie steht die da? Wir haben China, das nicht allzu bombig dasteht. Wir haben die Eurozone, auch nicht so richtig. Und wir haben die USA, okay, da lief es ja eine Zeit lang ziemlich gut. Aber da sehen wir auch schon ziemliche Zeichen einer deutlichen Abkühlung. Und da ist die Frage, ist der DAX zu weit von der Realität entfernt? Sind die Aktienmärkte insgesamt von der wirtschaftlichen Realität zu weit entfernt? Und das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst mit dem Fokus auf Deutschland und den DAX. Und im zweiten Teil dann, was in den USA passiert oder an den Weltmärkten passiert. Und auch da passiert Interessantes. Heute die Meldung BMW, Volkswagen, Mercedes fallen, weil BMW verkündet hat, Obst, wir müssen viele, viele Autos zurückrufen. Wir haben einen riesigen Schaden erlitten, weil Continental Bremssysteme geliefert hatte, die offenkundig nicht wirklich funktionieren. Das hat BMW nach unten gebracht, Volkswagen, Mercedes, aber eben auch die Aktie von Continental. Dazu Probleme in China, wie alle deutschen Autobauer oder europäischen und auch amerikanischen Autobauer. Also die Zeiten, die werden härter. Und man hatte ja mit Volkswagen so eine Art Weckruf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Leute dann erst kapiert haben, hey, vielleicht ist da wirklich irgendwas auf den falschen Gleisen hier in Deutschland. Jetzt kommt noch BMW dazu. Und das ist für Deutschland, vor allem für den deutschen Wohlfahrts- und Sozialstaat, natürlich ein Riesenthema. Ja, denn schauen wir uns mal an. Im DAX sehen wir eine Volkswagen, BMW, Mercedes. Die haben zusammen 6,5 Prozent Gewichtung nur. Das ist nicht mal die Hälfte dessen, was SAP auf die Waage bringt. Das heißt, wenn SAP ein bisschen steigt, dann kann eben der Verlust bei Volkswagen, BMW und Mercedes kompensiert werden. Aber das spiegelt eben nicht die wirkliche Realität wider. Die sieht nämlich so aus, dass in den Bereichen Car Manufacturing und Autoteile und alles, was eben Zubehör dazugehört, dass wir da zwar weniger Arbeitsplätze haben als noch vor Corona oder kurz vor Corona, aber es sind fast 800.000. Und das ist eine ganze Menge, denn diese 800.000 Jobs, die sind sehr, sehr gut bezahlt in der Regel. Auch das steht ja jetzt auf dem Prüfstand. Unten sehen wir mal den Vergleich zwischen dem DAX und dem MDAX. Und der MDAX war ja lange Zeit sehr stark, vor allem vor Corona. Aber seitdem, seit im Grunde 2022, seit die Zinsen gestiegen sind, sieht es da nicht mehr so gut aus. Der DAX ist weiter nach oben gelaufen. Der MDAX mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Der MDAX ist wahrscheinlich eine Art Indikator für den deutschen Mittelstand, könnte man sagen. Wir sehen also, diese Differenz ist sehr, sehr groß. Und jetzt Arbeitsmarkt natürlich ein Thema. VW kündigt jetzt offiziell Tarifverträge. Man hatte das schon angedeutet. Jetzt ist es offiziell. Das ist eine Art Notbremse. Und das könnte für die Politik ein Problem werden. Hier sagt zum Beispiel die Chefin des Verbands der Automobilindustrie, VDA, Wir können in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig Autos produzieren, auch keine Elektroautos. Das ist das Problem. Da kann ich die Elektroautodoktrin der Politik zwar irgendwie nachvollziehen, aber sie geht eben an der Realität vorbei. Das können die Chinesen billiger und ähnlich gut wie wir. Vielleicht sogar besser, weil sie in Software besser sind. Wir waren stark in Verbrennern. Diesen Vorteil, den haben wir uns selber genommen, indem wir gesagt haben, Nein, wir wollen weg von den Verbrennern, weil wegen des Klimas und so weiter. Und die Folge ist, dass wir eine absteigende Industrieproduktion haben, uns nie so richtig von Corona erholt haben, beziehungsweise diese Erholung dann komplett verpufft ist, wie wir hier die Industrieproduktion sehen. Unten sehen wir mal den IFO-Index, der auch nach unten weist. Wir haben jetzt mehrere Monate, drei Monate in Folge einen fallenden IFO. Und was kümmert es den DAX? Früher sind IFO-Index und DAX ziemlich parallel gelaufen. Das aber hat sich geändert. Wir sehen, ab etwa Anfang 2022 ist der IFO tendenziell wieder schwächer geworden, während der DAX eben weiter gestiegen ist. Warum? Weil der DAX sich sehr stark orientiert am Dow Jones. Hier sehen wir mal den Vergleich DAX und Dow Jones. Und der DAX ist sogar besser gelaufen als der Dow seit Jahresbeginn. Wir sehen, das geht relativ parallel. Da ist nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Der DAX orientiert sich also letztendlich an einem Weltindex, kann man sagen, der allerdings eine fragwürdige Zusammenstellung hat. 30 Aktien, die nach Preisen gewichtet sind, also kursgewichtet sind. Das heißt, eine Aktie, die 200 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet im Index wie eine, die 100 Dollar kostet. Aber eben diese Geschichte mit dem DAX als Call der Weltwirtschaft. Ja, wo macht er denn Geschäft? Er macht vor allem in der Eurozone Geschäft. Und dann in USA respektive, also die deutschen Konzerne. Und natürlich in Good Old Germany. 18 Prozent. 15 Prozent in China. In Deutschland läuft es nicht so gut, sind schon mal 18 Prozent. China läuft auch nicht so gut, sind schon mal nochmal 15 drauf. 33 Eurozone 24. Und dann sind wir schon bei 57. Und da muss es schon ein blendendes Geschäft in den USA geben, damit das irgendwie aufgefangen werden kann. Und die Frage, die sich stellt, naja, wenn es der deutschen Autobranche so schlecht geht, die ja maßgeblich den Wohlstand in Deutschland mitgeschaffen hat, dann kommen auf Deutschland ungemütliche Zeiten zu. Vor allem auf Bundesländer, die industriell eben durch diese Branche geprägt sind. Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen, das Saarland, wie sie alle heißen. Und das wäre auch für den Bundeshaushalt, der schwer in der Kritik steht von Experten, ein Riesenthema. Denn dann fehlen Steuereinnahmen, die letztendlich diesen Sozialstaat ermöglichen. Und schauen wir uns mal ein anderes Industrie, ehemaliges Industriedickschiff an, nämlich ThyssenKrupp, jetzt unter 3 Euro. Tiefster Stand seit Jahrhundertbeginn. Und Daniel Eckert sagt, mein persönliches ThyssenKrupp-Kursziel. Angesichts der Rahmenbedingungen in Deutschland 0 Euro. Mit anderen Worten, Energie zu teuer, zu hohe Auflagen. Du kannst hier nicht wirklich rentabel produzieren. Und das liegt eben auch an den Energiekosten nicht nur in Deutschland, an der Bürokratie nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Und hier sehen wir, Mario Draghi hat es ja in seinem Report eigentlich auf den Punkt gebracht, in dem er gesagt hat, höhere Energiekosten sind ein Hindernis für Wachstum. Aber diese höheren Energiekosten sind ja entstanden, weil man ja besonders grün sein will und sagt, ja, ihr müsst aber diese Vorgaben einhalten. Das macht natürlich Sinn, wenn die anderen sie nicht einhalten, dann hast du einen Wettbewerbsnachteil. Und das merken wir jetzt. Das ist das große Problem, das von Mario Draghi erkannt wurde. Aber was passiert? Naja, wir sind dann eben aus dem ausgestiegen, was uns eine günstige Energie gesichert hätte. Hier jetzt eine Studie, die zeigt, Deutschland hätte hunderte von Milliarden Euro einsparen können und hätte eine bessere CO2-Bilanz noch obendrauf, wenn man eben diesen Schritt nicht gemacht hätte, der zum grünen, wie wir sagen, Religionsbekenntnis eben gehört hat. Die Grünen wollten das unbedingt durchsetzen. Und also jene Generation, die mit verlässlicher Energie, wie Axel Boyanowski hier schreibt, zu Wohlstand kam, die hat ihren Nachkommen im Prinzip den Strom abgedreht und mit immensen Schulden ein Energiesystem aufgebaut, das weniger klimafreundlich, aber viel teurer und weniger verlässlich ist. Und irgendwann kommt die Rechnung, da ist sozusagen diese Religion dann auch zu bezahlen in den Konsequenzen. Und genau das hat Draghi ja angeprangert, da müssen wir was ändern. Aber das Problem ist, er schlägt immer mehr Schulden vor und letztendlich eben eine Schuldenunion. Und die Deutschen sollen letztendlich diese Schuldenunion absichern. Ein immer schwächer werdendes Deutschland soll diese Schuldenunion absichern. Im Grunde ist es eben so, dass Deutschland oder diese Schuldenunion, die jetzt durch Staaten gebildet werden soll, das ersetzt, was früher die EZB war, die ja Staatsanleihen gekauft hat und damit natürlich nicht die Staaten finanziert hat, nur indirekt, gell, die Staaten finanziert hat. Also praktisch die Staaten sollen jetzt in die Rolle der EZB schlüpfen, weil die keine Staatsanleihen mehr kaufen will. Das ist natürlich lustig und insgesamt muss man sagen, man hat in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder in der EU die Wirtschaft erfolgreich aus den Weltmärkten heraus reguliert. Er will jetzt sein Heil in höheren Staatsschulden suchen, genial. Und wir brauchen keine Gemeinschaftsschulden, sondern eine radikale Deregulierung der Wirtschaft. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen nach Argentinien gucken. Das sind schmerzhafte Einschnitte, keine Frage. Aber die Frage ist, was ist besser, wenn du einen Tumor hast, dann operierst du ihn besser raus, sofort, auch wenn das natürlich nicht schön ist, als wenn du diesen Tumor weiter verschleppst und dann an dieser Krankheit eben verstirbst. Das ist das, was wir derzeit machen. Zerstörung ist gut in einer Marktwirtschaft. Die schumpetersche kreative Zerstörung, das aber ist nur dann gut, wenn etwas Neues geschaffen wird. Derzeit wird in Deutschland nur Ideologie getrieben, zerstört. Wer der Staat erstarrte Strukturen für Interessensgruppen erhält, so ein Artikel. Ich glaube, da ist was dran. Wir sind irgendwie auf dem falschen Dampfer und kriegen jetzt die Rechnung für diese falsche Begleisung, für diese falsche Richtung, die wir eingeschlagen haben und sehen, dass dann eben die Konsequenzen auch sind, dass viele Firmen insolvent gehen. Das liegt jetzt nicht nur an vielleicht falschen Weichenstellungen. Und das ist eben dann auch, dass China als Lokomotive ausfällt. Das liegt an Versäumnissen, die unter der Ära Merkel schon passiert sind und so weiter und so fort. Aber wir werden sehr viel mehr Insolvenzen sehen, auch vor allem Großinsolvenzen. Und damit wird die Sache ungemütlicher. Wenn wir schon eine solche Spaltung innerhalb der Gesellschaft haben, ohne große Arbeitslosigkeit, was passiert erst dann, wenn eine Arbeitslosigkeit nachhaltig steigt? Das mag man sich gar nicht ausmalen. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Da gibt es aber die Bundesregierung, die hat wunderbare Tricks. Und hier ein paar Wirtschaftsforscher nehmen das ganz schön auseinander. Hoch amüsant, was man sich da hat einfallen lassen von der Bundesregierung. Das ist die erste Empfehlung. Gerne weiter teilen. Und die dringendste Empfehlung natürlich, weiter gucken den zweiten Teil. Da sprechen wir über das, was an den Weltmärkten passiert. Mit einem Ölpreis, der auf den tiefsten Stand seit 2021 fällt. Als Zeichen für eine Rezession. Auch in den USA. Abkühlung erkennbar. Also den Link packe ich wieder unter das Video. Unbedingt schauen. Ich sage erst einmal Servus. Ciao. Wir sehen uns gleich.